Jedes Kind auf der Welt, das abends ins Bett gehen muss, weiß, dass Monster in seinem Schrank lauern. Was es aber nicht weiß, diese Monster waren nicht immer so schrecklich. Ich kann nicht zur Vorlesung. Ich hab nichts zum Anziehen. Sie mussten erst einmal auf die Uni. Ja, gut. Okay. Voll witzig, Sabine. Du siehst klasse aus, Glotzkowski. Wenn du schon jemanden reinlegst, könntest du dir wenigstens etwas Schlaueres ausdenken. Was? Was geht hier ab? Ich kapier's nicht. Ich liebe die Uni.